In den letzten zehn Jahren habe ich 10.000 verschiedene Prüfungen nachgeguckt und ich weiß genau, welche Fehler Schüler und Studierende machen. Und damit dir das nicht passiert, habe ich jetzt die besten Tipps für deine Prüfung. Wenn wir jetzt anfangen, uns eine Prüfung anzuschauen, merken wir, dass sie aus verschiedenen Aufgaben besteht und jede Aufgabe genau gleich behandelt werden muss. Erstens, du musst die Aufgabe lesen, dann ein Problem erkennen, zu dem Problem direkt den Lösungsweg assoziieren und hinterher den Lösungsweg anwenden. Die meisten meiner Studierenden denken, den Lösungsweg anzuwenden, das ist richtig schwierig und da verlieren die meisten Leute Punkte. Das stimmt aber gar nicht. Warum? Weil wenn man den Lösungsweg weiß, hat man vielleicht noch ein paar Flüchtigkeitsfehler, vielleicht verrechnet man sich mal oder man hat eine Kleinigkeit vergessen. Hier verliert man wirklich die wenigsten Punkte. Es sind vielleicht fünf bis zehn, manchmal 20 Prozent. Viel wichtiger ist es, in diesem Bereich nachzuforschen und hier zu gucken, dass man hier die besten Tipps anwendet. Und natürlich Aufgabe lesen. In jeder einzelnen Prüfung, die ich nachschaue, sind circa fünf Prozent aller Studierenden dabei, die die Aufgabe nicht richtig gelesen haben und deswegen einfach keine gute Note geschrieben haben. In diesem Bereich Probleme erkennen und Lösungsweg finden, da verstecken sich wirklich 80 Prozent aller Probleme und aller Fehler. Warum? Weil wir müssen erst mal erkennen, um was es sich bei der Aufgabe handelt. Kennen wir alle Parameter? Wissen wir, was Beschreiben ist? Wissen wir, was Erläutern und Erklären ist oder Vergleichen, Kritisieren oder nur Nennen? Wenn du genau weißt, was der Unterschied zwischen Erläutern und Beschreiben ist, hau es mal in die Kommentare und wenn nicht, schreib es auch hin, dann kläre ich das mal auf. Das Problem erkennen tun relativ viele noch, aber dann die Assoziation von Problem zu Lösung, die macht den meisten Menschen Probleme. Wobei es hier studientechnisch immer so ist, dass die Aufgaben, die man vorher übt, relativ gleich, vielleicht wenig abgewandelt, dann nochmal in der nächsten Prüfung drankommen. Das Problem dabei ist, wir lernen zu Hause immer vollkommen unabhängig von der Prüfung. Und wenn du wissen willst, wie du dich aktiv und super testen kannst, ist hier oben nochmal ein Video für dich verlinkt. Hier in dem Video geht es darum, dass wir aber das Problem Lösungsassoziationsvermögen bei uns steigern können. Und ganz ehrlich, wir schreiben Prüfung und die sind in den Aufgaben sehr, sehr ähnlich. Und der größte Punkt, den wir dabei erkennen sollten, ist, wann wird das eine und wann wird der andere Lösungsweg verwendet? Machen wir das doch mal an einem Matheproblem deutlich. Natürlich kannst du auch jedes andere Fach nehmen, bloß hier in Mathe wird es schnell und kurz und einfach dargestellt werden. Wir haben den Ausdruck x minus 3x plus 2 ist gleich 0, beziehungsweise x² minus 3x plus 2 ist gleich 0. Hier brauchen wir die richtige Assoziation zu unserem Lösungsweg. Und auf der einen Seite sehen wir hier, wir müssen x nur auf eine Seite umstellen und dann minus 2x gleich minus 2. Wenn wir es umgestellt haben, kommt x dann sozusagen der wahre Wert raus. Auf der anderen Seite haben wir hier den gleichen Ausdruck wie hier, bloß, dass wir hier oben ein x² haben. Und dieses Quadrat ändert alles. Warum? Weil wir, um das herauszubekommen, eine Fakturierung vornehmen müssen. Das bedeutet, wir haben assoziiert, dass durch dieses x² minus 3x plus 2 ein Term dahinter steht, der multiplikativ miteinander verknüpft ist. Hier sehen wir x minus 1 und x minus 2 multiplikativ miteinander verknüpft. Und dann kriegen wir das x raus. Du kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, welches x1 oder x2 dann für Werte rauskommen. Wenn ich diese Aufgabe in Klausuren stelle, haben die Leute entweder volle Punktzahl oder sie haben 0 Punkte. Warum? Weil sie es nicht geschafft haben, hier die richtige Assoziation mit dem x² und der Fakturierung hinzubekommen. Das heißt, hier ist der beste Verbesserungsaufwand. Wie das genau geht, hat Doug Rower untersucht. Im Jahr 2014 hat er eine Studie herausgebracht und dabei ging es um vier verschiedene Probleme. A, B, C und D. Es gab jeweils vier Aufgaben zu üben für Schüler. Die erste Gruppe hat das immer am Block geübt. Erst alle Aufgaben zu A, zu B, zu C oder zu D. So wie du es typischerweise auch in einem Schulbuch oder im Unterricht in der Uni mitbekommst. Die zweite Überlegung war aber, lasst uns das doch einfach mal durchmischen. Immer wieder eine neue Aufgabe, sodass es ein bisschen anstrengender wird. Und dann gucken wir, was hinterher herauskommt. Als man die Gruppen anschließend getestet hat, war es so, dass in der ersten Gruppe am ersten Tag die Quote bei 85% richtigen Antworten sah. Bei der zweiten Gruppe hingegen waren am selben Tag nur 60% richtig. Das heißt, Blocklernen funktioniert sehr gut, wenn man es am selben Tag noch abruft. Wenn man das aber eine Woche später anguckt, war das hier, dass hier nur noch 20% richtige Aufgaben gemacht wurden. Den Rest hatten die Leute hier komplett vergessen. Hier hingegen war es so, dass auf einmal 63% richtige Antworten gegeben wurden. Das heißt, dieser Unterschied ist vor allem für uns wichtig, wenn wir Langzeitlernen machen. Machen wir hingegen am nächsten Tag die Prüfung, können wir das gerne nach A, B, C, D lernen. Aber bei längerem Zeitraum von über einer Woche sollten wir die Sachen mixen. Warum funktioniert das? Und zwar geht es hier um die Unterscheidung. Dein Gehirn sagt ja immer, ich kenne immer alles, was gleich ist, mache ich in eine Dose. Alles, was ungleich ist, mache ich in eine andere Dose. Hier ist es allerdings so, dass wenn du erst alle Aufgaben zu A übst, dass du dann nur einmal dein Gehirn anstrengen musst bei der ersten Aufgabe. Und alle nachfolgenden sind ja relativ ähnlich. Dann machst du es bei B, du strengst dich hier einmal an und das Rest ist natürlich wieder vollkommen ähnlich. Wenn du allerdings hier es immer wieder mischt, muss sich dein Gehirn stärker anstrengen. Das resultiert dazu, dass du am selben Tag tatsächlich eine schlechtere Performance hast. Langfristig wird sich das aber in deinem Gehirn viel besser niedersetzen. Warum? Weil die Unterschiede zwischen den verschiedenen Blöcken und Aufgaben, die du in einer Prüfung bekommst, minimal sind. Da kann ein einzelnes Wort oder wie wir es eben gesehen haben, ein Quadratzeichen eine komplett andere Lösung und einen anderen Lösungsweg erfordern. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir, wenn wir was üben, dann am Ende auf jeden Fall unterschiedliche Möglichkeiten drannehmen, die in einer Prüfung drankommen können. Erst dadurch schaffen wir es wirklich, unser Gehirn so zu fokussieren auf den richtigen Lösungsweg. Wie sieht das nun praktisch aus? Zuerst einmal sollten wir uns wirklich Zeit nehmen am Anfang einer Prüfung, dass wir die Aufgaben wirklich komplett lösen. Dann sollten wir das Problem erkennen und das auch wirklich markieren und anschließend den richtigen Lösungsweg dazu ordnen. Wenn wir jetzt in der Prüfungsvorbereitung sind, sollten wir wirklich das üben. Beispielsweise habe ich die Noten in einem Kurs von mir so weit verbessern können, allein durch eine einzige Maßnahme. Ich bin in die letzte Veranstaltung reingegangen und dann habe ich die verschiedenen Aufgabenstellungen mitgebracht. In einer Mathematikklausur gab es vier verschiedene Rechenoperationalisierungen. Das heißt, man musste erkennen, welches Verfahren angewendet werden musste. Ich habe dann die verschiedenen Aufgabenstellungen vorgelegt und die Studierenden hatten circa eine Minute Zeit, darüber nachzudenken. Und es war erstaunlich, dass selbst dabei, obwohl sie das das ganze Semester geübt haben, dann nur 20 bis 30 Prozent der Studierenden die Aufgaben richtig hatten oder sich richtig gemeldet hatten, welcher Aufgabentyp das sein wird. Und hier konnte ich ihnen jeweils das Hauptproblem darstellen. Erst wenn du es schaffst, wirklich mit den Prüfungsaufgaben zu arbeiten und die Schlüsselwörter in einer Aufgabe herauszulösen, dann kannst du sie auch lösen. Schlüsselwörter sind allgemein die Wörter, die man in eine Wenn-Dann-Funktion einsetzen kann. Das heißt, wenn das Wort kommt, dann sollte ich das tun. Wenn das Wort Nennen kommt, dann schreibe ich auch wirklich nur die verschiedenen Bezeichnungen hin und erläutere sie nicht. Wenn das Wort Zinseszins kommt, sollte ich die exponentielle Verzinsung wählen. Wenn das Wort einfach nur Zinsen dasteht, dann sollte ich die Lineare wählen. Wenn ich beispielsweise aus der Medizin verschiedene Symptome habe, dann weiß ich, wenn das, das und das Symptom zusammenkommen, dann kann ich diese Diagnose stellen oder diese weitere Informationen einholen vom Patienten. So geht das oftmals Schritt für Schritt und so ist jede einzelne Prüfung aufgebaut. Wir haben viele verschiedene Kapitel, aus denen nur eine begrenzte Anzahl von Fragen kommen kann. Und hier für dich ist wirklich das Relevante, was du hier mitnimmst. Erkenne das Problem und assoziiere die Lösung. Und das geht nicht, wenn du dich zu Hause hinsetzt und von der ersten bis zur letzten Seite den Stoff auswendig lernst. Nein, du musst auch fähig sein, ihn anzuwenden. Von daher wirklich teste dich mit Fragen immer wieder zu unterschiedlichen Kapiteln ab, weil dein Gehirn leider, wenn du das nicht genau machst, alles als eine große Masse abspeicherst. Hingegen kannst du durch die Unterscheidung, indem du Aufgaben zusammen und nebeneinander legst, dein Gehirn darauf primen, genau die Nuancen zu finden, wie du es schaffst, die auseinander zu ziehen. Und das ist wirklich der allerwichtigste Tipp, den ich dir geben kann. Was ich auch ganz oft in den Klausuren gesehen habe, ist, dass die Studierenden nicht fähig sind zu erkennen, was der Professor eigentlich von ihnen will. Eine weitere Sache, die mir sehr, sehr stark aufgefallen ist, dass sie es nicht schaffen, die Aufgabe mit dem Lösungsweg zusammenzubringen, auch wenn es darum geht, einfach nur Fakten wiederzugeben. Hier ist es wirklich daran gefragt, dass du die Schlüsselbegriffe wiedergeben kannst. Manchmal ist mal ein ganz, ganz kleines Wort innerhalb einer Aufgabe drin, was dir den Hinweis darauf gibt, welche Infos aus der Vorlesung oder aus der Übung dann jeweils in der Prüfung abgefragt wird. Und da lohnt es sich wirklich darauf zu achten, von daher nimm wirklich die Aufgaben aus Altklausuren komplett auseinander und überlege, wie das zusammenhält. Dafür habe ich eine klitzekleine Methode. Das bedeutet einfach, bevor du anfängst mit Lernen, überhaupt irgendwas gelernt hast, setze dich hin und schau dir die Übungsblätter an, die du hast, beziehungsweise die Altklausuren. Du verbindest jetzt das beides jeweils mit deinem Vorlesungsskript oder mit deinen Lernunterlagen. Versuche herauszubekommen, was von den Lernunterlagen zu welcher Frage gehört. Wenn du das gemacht hast, geh doch bitte mit deinen Kommilitonen zusammen, trefft euch online oder offline und dann geht nochmal durch, ob die dasselbe denken. Falls dem nicht so ist und auf Fragen offen bleibt, wendet euch wirklich an euren Dozenten, denn hier verliert ihr die meisten Punkte. Und ganz ehrlich, das ist eine Stunde Mehraufwand, die du am Anfang hast, die dir dabei hilft, dich viel besser zu fokussieren und vor allem zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Punkten, die dir am Anfang vielleicht noch gar nicht so klar sind. Wenn du weitere Tipps für Prüfungen willst, ist dieses Buch voll damit. Motiviert, studiert, es ist ein Bestseller und dazu gibt es auch einen gleichnamigen Online-Kurs, den du bei mir auf der Webseite erlangen kannst und der Link ist unten in der Beschreibung. Und vielleicht habt ihr noch weitere Tipps für die nächsten Prüfungen für deine Freunde und Kollegen, dann hau sie bitte unten in die Kommentare und wenn du kein weiteres Video verpassen willst, sehen wir uns beim nächsten Mal hier nur wieder, wenn du abonniert hast und die Glocke angemacht hast. Von daher alles Gute und ich drücke dir die Daumen für deine Prüfung.